Moin sind Servus Dach zusammen. Ich bin mit dem George unterwegs und wir sind im Meering gelandet, im Trailpark Meering um genau zu sein. Also mein erstes Mal hier. Dein erstes Mal auch? Ja auch mein erstes Mal am Meering. Und wir haben jetzt irgendwo mal geparkt. Wir wissen noch gar nicht wo es lang geht. Müssen wir mal gucken. Und ja, lernen wir den Trailpark immer kennen und ich würde sagen ja auch. Aber dafür müsst ihr das Video gucken. Macht das mal. Das ist eine gute Idee. Was sollen wir sonst jetzt gerade machen? Ja genau. Alles klar. Also wenn ihr Langeweile habt, lohnt sich. Gucken. Bis gleich. So, sind wir am Start angekommen. Hier eine Schwatte und eine Rote rein. Die Eins und die Zwei. Also hier stehen wir jetzt gerade. Mal schauen, wie das hier aussieht. Die Vier wird wohl weiter darunter sein. Das ist die Traverse. Das ist die Traverse. Aha. Ja kicken wir mal. Ja. Ja. Sind wir. So, geht's mit der Wurzel. Jo. Mal schauen. Oh, Nabel. So. So. Jetzt schon mal. Sehr schön. Ein paar Wurzeln. Da ist der Jump. Kann man mitnehmen. Sind wir jetzt auf der Schwarzen gelandet. Alter, was war das denn jetzt? Das haben wir doch jetzt total verborgt. So, da sind die Drei. Wir müssen... Hä? Ne, waren wir immer noch auf der Zwei? Das sah so aus, als ob wir auf der Schwarzen gelandet. Das war die Fotte. Ne, war aber nicht. Ne, wenn wir einfach die Drei sind. Das ist die Drei. Die nehmen wir jetzt noch nicht. Ne, wir fahren jetzt die Zwei. Bisschen weiter runter. Hier vorne ist sie. Oh. Da steht auch Zwei dran. Guck mal, wie praktisch. Das ist schön. Wo ist ein Dittel? Okay. Am ersten Mal immer gucken, wenn man es nicht kennt. Wie hier auch. Kein Loch. Mann, das ist ja immer schön hier. Leck mich am Arsch. Mann, das ist ja immer schön hier. Leck mich am Arsch. Püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü wo sind wir hier wenn man die zweigen sich aber so der maßen ab dass du ja kein plan hast wo die hier gerade bist da unten geht die zwei weiter wir sind schon wieder haben uns verfahren also fürs erste mal alles etwas unübersichtlich aber nicht weiter tragisch irgendwo geht es auf jeden fall runter wenn es nicht so klappt wie man sich vorgenommen hat es ist auch nicht so dramatisch jetzt wird zwei schwarz aber sehr schön da kann man aber mit arbeiten jetzt lang ja ja wie oft habe ich jetzt gesagt wo geht es lang okay wie 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 ja do so so wir suchen oben jetzt hier noch mal die 2 zu fahren und dann auf dem zwischendring auf die 3 und den oberen teil von der 3 haben wir noch nicht nun den unteren ok den schwung kommt man mitnehmen panorama ist das schön da muss man direkt mal langsamer fahren hier geile sache der knallt aber achtung wovor verstehe ok die haben es aber in sich die stunde schufe hier waren wir eben schon einmal als wir von der 4 kamen bei dem weiß ich nicht, ah die können wir auch mitnehmen, alles klar so le coole ist aber gar nicht so unblöd ist ja vielleicht zu langsam jetzt alter verwalter das hat es aber schon ordentlich in sich da Dinge hier ich bin ja hier runter gekommen du bist geradeaus gefahren also wenn du hier nicht eng zusammenfährst dann da findest dich irgendwann nie wieder ja eben bist du kurz abgebogen wo ist er denn hin ich bin diese line da runter gekommen du bist geradeaus gefahren da gibt es auch noch eine aber es gibt ja hier so viele es ist irre es gibt so viele lines hier die zick zack gehen also schon krass was hier kombiniert ich glaube hier musst du tagelang fahren das ist so schön und so geil kombinierbar also ja es machen sie ja du kannst hier wirklich die zwei mit der eins immer kreuzchen dann kannst du von der zwei Uhr plötzlich auf die drei oder die zwei weiter auf die fünf von der fünf wieder auf die eins das ist irgendwas mit der kombinierbar ich weiß nicht auch oh bisschen zu kurz aber auch nur ein bisschen holz im lenken nicht vergessen bitte drücken sie ihr fahrrad jetzt in die gewünschte richtung vielen dank haha doch dann die die er grüllt ein bisschen weil wir diesmal den rechten großen drop mitgenommen haben da darf er auf jeden fall skrullen ja kommt da wuuh 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 jetzt will ich aber auch mal hier lang ich glaube Traverse hieß das Ding hier was war das hier wo das gleich so eng wird hier ich glaube da sind wir schon hier kam dieses Steilstück ein kleiner Ruchzlein aber gut gedrückt so krass wieder neu hier sind wir am Anfang mal runtergerauscht hier war dieses Ding hier ich find's nicht gefahren älter Verwalter das ist das wo da am Anfang stand Double Black Diamond glaube ich da muss man ja mal gucken aber da hätten wir unter rechts liegen gekonnt ok ich weiß auch wie die hier waren wie die den Berg gefucht haben dass es nass war das sieht bestimmt schlimm aus du schießt gerade mal ein Käppi wohl hier kann ich schon nicht schott da die Leute weh mit der Frisur aber so wie in Corona Zeiten Friseur war das dann hat man zu auch mal angeschoben so hab ich jetzt wieder die Nippel da weg genommen Nippelstall wie fandst du das? also das ist ja überhaupt nichts ne das ist ja überhaupt nichts was der Frank so empfiehlt Nein, alles Quatsch, alles Brötze. Mega geil. Ich fand es auch sehr schön. Es war echt sehr, sehr spaßig. Es ist schön naturbelassen. Auf jeden Fall. Nicht unbedingt anfängerfreundlich, aber jeder, der meint, der fahren kann, muss hier hin. Ja, also ich finde es toll. Es ist großartig. Was anderes als immer nur berechsam zu fahren, ist es sehr schön gemacht. Auch schön, wo man überall variieren kann. Du kannst von der 2 auf die 3 fahren, von der 4 geht auf die 3, von der auf die 2 und so. Du kannst also die schönsten Sektionen zusammenstellen, wie du willst. Also das finde ich so eine ganz tolle Sache. Also am Anfang ist es vielleicht ein bisschen verwirrend, weil man halt so viel kombinieren kann. Ja. Aber wenn man, glaube ich, mal alle Strecken gefahren ist, dann macht es auch richtig Spaß, das zu kombinieren. Und überall auch mal links und rechts gucken. Also es sind überall so kleine Gimmicks eingebaut. Da haben wir eine Steilabfahrt und hier und da. Also echt, echt, echt sehr spaßig. Ja. Sehr spaßig. Also wir kommen wieder. War nicht das letzte Mal wieder. Ja. Vor allen Dingen, Daumen da lassen. Ja. Wird ja kein Geld für. Vor allen Dingen, für den geilen Drop, den er gesprungen ist. Übrigens, man hat mal nachgemessen. 1,50 Meter. Ja. Wow. Ist das hoch, 1,50 Meter? Also ich finde schon gut. Ja doch. Ja, das war schon gut. Alles gut. Also die gehen mir auf jeden Fall bis zur Schulter. Und das ist gut 1,50 Meter. Ja. Locker. Ja. Ich bin 1,40 Meter groß. Scheiße. Ja, ihr Lieben. Hast du was zu sagen? Ja. Außer. Ich glaub das mit der Autobahn ist so laut hier, ne? Ihr müsst euch wegdenken. Ja. Und ich hab kein, 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 scha, 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 scha. Nein, nein, nein. Hu, Runge, Unterschriebe, Abonniere. Nicht Unterschriebe, Schriebe, Abonniere. Unge, Runge, Schriebe, Abonniere. Unge, Runge, Schriebe, Abonniere. Unge, Runge, Schriebe, Abonniere. Genau. Also man kriegt das auch mal hin. Ja. Und abonniere nicht vergessen, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten. Ja. Ciao, ciao. Ich nehm die Kamera jetzt runter und dann drücke ich auf den Knopf und dann schalte ich das ab und dann bist du auch vorbei.